Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session, Trackmania United Forever oder auch Nations Forever genannt. Wir spielen mit beiden Versionen und hoffen natürlich, dass wir guten Content liefern können. Was ich natürlich jetzt gerade sofort auf Anhieb nicht schaffe. Die Frage ist, vielleicht müssen wir dann nach rechts, oder? Oh, hier brauchst du Speed, so eine Scheiße. Oh nee, ne? Checkpoint, wow. Oh, okay. Oh, war nix. Checkpoint. Alter, wo muss ich dann hin? Ach so. Ah nee, da drauf bleiben dann. Oh shit. Oh nein. Wie komm ich denn jetzt hier weiter, Alter? Oh fuck. Wie geht das denn? Nein. Oh fuck, wie soll das denn klappen, ey? Guten Tag. Hat mich einer noch geschlagen, oder nö? Nein, aber ich bin ins Ziel gekommen. Yeah. Verdammt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nö. Okay, ich habe das verstanden. Komme ich noch bis dahin? Schaffe ich es noch? Nein. Mann. Du kannst übrigens jetzt, das ist zum Beispiel so eine Strecke, wo das geht. Du kannst jetzt zum Beispiel zurückfahren und dann siehst du die komplette Strecke. Fuck. Ja, aber wie soll ich das denn schaffen, meine Fresse? Was denn? Guck mal, ich fahre hier rüber, springe auf das nächste, dann muss ich da anhalten, ne? Oder wie funktioniert das? Ich springe auf die... Warte mal, Lars, wo bist du? Ich bin jetzt beim, äh, beim dritten, äh, beim zweiten von sieben. Wie bist du da hochgekommen? Bin ich da hochgekommen. Das Problem, da war eine, du fährst runter. Oh. Und fährst rechts, und fährst dann rechts über diese, hinter diese Rampe, ja? Ja, ja, jetzt habe ich es auch gehaft. Danach ist es wahrscheinlich falsch. Ach, jetzt habe ich es auch geschafft. Jawohl. Ich habe die ganze Zeit versucht, auf die Rampe vorne vordrauf zu springen, um da dann den Schwung zu holen. Das war natürlich Schwachsinn. Ähm. Das war der Ast. Äh, irgendwas stimmt dir nicht. Was denn? Die Ecke hier ist irgendwie komisch. Muss ich da gerade aus? Wo bist du gerade, Janik? Äh, checkpoint 4 von 7. Bist du da hochgefahren, oder bist du da... Warte, das schon dann... Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht gerade. Boah, wie komme ich denn hier weiter? Ist da unten was? Ja, ich glaube nicht. Ok. Gut, verstanden. So, dann noch da oben. Oh, okay. Du musst mir gerade mal das GPS angucken. Was? GPS? Was für ein GPS? Ja, du kannst dir doch, wenn du rückwärts fährst beim Ziel, kannst dir die Strecke angucken. Hä? Was war das denn? Wie? Rückwärts beim Ziel? Ja. Bin ich beim Ziel? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe mir was angeguckt. Ach, hier sind Stellen, die den Motor ausmachen. Ja, ist aber nicht schwer. Ja. Musst du weiterrollen, oder was? Ja, ja. Du musst dann links hoch, weißt du? Ja, dann zu dem Checkpoint hochfahren. Ja, das hier verstehe ich noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Du musst von drei auf vier, musst du geradeaus. Und das musst du in allem durchschaffen. Was? Völlig wachsinn! Ich habe mir doch gerade das GPS angucken. Musst du nicht! Okay. Habe ich auch nicht gemacht. Du bist rechts rumgefahren, ne? Ja, natürlich. Ich bleib da hängeln! Ich weiß nicht, wie ich jetzt weiterkomme. Du musst rechts runter. Du musst also zurück zu dem Roten und musst rechts runter. Jawohl, ich habe den Checkpoint gekriegt. Oh shit, wo muss ich jetzt hin? Du musst zurück zu dem Roten und musst da runter, okay. Ja. Was ist da? Das ist nix. Ganz scharf rechts. Okay. Wie schaffst du das denn? Ah! Verstehe. Mensch, schlau, du bist schlau, ey! Nee, ich habe mir das GPS anguckt. Achso, und dann wieder in die andere Richtung. Alles klar. Und... Und eigentlich, und nach dem Spiel, eigentlich soll es nach dem Spiel so aussehen, dass du von der 2 auf die 3 direkt springst. und nicht erst über das rote rechts. Ja. Gut. Das geht wahrscheinlich auch, wenn du gut aufkommst. Das habe ich eben versucht. Das ist echt bescheiden schwer. Oh shit. Oh, da musst du aber schnell werden, ey. Haula, die Waldfee. Wie soll das denn gehen, Alter? Ich komme nicht über diese scheiß Kante. Ach, das geht. Bin ich auch gerade. Ja, sehr gut. Wieder drüber gekommen. Zack. Holla, die Waldfee. Das ist aber jetzt nicht so leicht. Ah, nein! Ich bin auf dem Kopf gelandet. Vor dem Checkpoint auf dem Kopf gelandet. Ja gut, aber der Checkpoint ist jetzt nicht so heftig. Nö. Ich habe es auch geschafft. So, wie kommt man da jetzt gut drüber? In einem. Oh, nee. Ja, das ist schon klar, in einem. Aber... Ich bin viel zu langsam. Wow. Hast du gesehen, wie das geht? Ja. Aber ich komme nicht bis dahin. Okay. Weil ich genau so langsam bin, wie Yannick auch. Nö, bei mir geht es mittlerweile. Ich weiß jetzt wie. Seid ihr beide bei einem sechsten von sieben? Ja. Ja. Okay. Sonst bin ich die ganze Zeit hinter euch. Ah, du. Ich auch geschafft. Sehr schön. Alter, warum komme ich immer so schief auf? Oh, fuck. Scheiße. Hä? Oh, ey. Das gibt es doch gar nicht. Finish now. Alter. Warum ist das immer so kacke, dass ich so schief aufkomme? Oh, nein. Oh, ich lande die ganze Zeit auf dem Dach. Ah, scheiße. Aber auch. So, jetzt hat er auch geschafft. Mehr du? Ja. Fick dich. Oh, sorry. Das war nicht geplant. Dieses Wort wollte ich nicht nutzen. Ah, fuck. Scheiße. Das ist der Start? Ja, das Start kann auch manchmal das Ziel sein. Echt? Ja. In dem Fall aber scheinbar nicht. Hä? Oh, ich weiß wo. Rechts rum. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Rechts da hoch. Ja. Das geht so hier. Ich sehe nichts. Du musst da nicht langsam hochfahren. Bin ich auch nicht. Ich bin nur scheiße an der Wand angeeckt hier vorne. Aber hier, ich lande immer auf dem Dach, Alter. Eben habe ich es zweimal so geschafft. Aber jetzt lande ich auch gerade nur alles auf dem Dach. Schon wieder so eine Ecke. Die kann dir alles versauen. Jede Zeit kann die dir versauen. Oh, ist so ätzend. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Lass den nochmal. Alter, warum bin ich so blöd? Weiß ich. Mich, mich bremsen als diese Übergänge von dem einen zu dem anderen ab. Ach, so jetzt habe ich es doch. Oh. Oh. Nein. Bin gegen die Zielkante gefahren. Ach man ey. Nein. Ich auch. Okay. Okay, man kann auch langsam drüber fahren. Das geht auch. Ja, ne? Ja. Sogar. Ich glaube, ich bin Ziel. Echt? Ja. Arschkopf. Hm? Ach man. Jetzt fährst du auf Zeit? Ja. Aber da gibt es leider eine Problematik noch. Und das ist der Spot von, warte, eins, zwei, von drei auf vier. Das musst du mit einem durchschaffen, sonst kannst du das mit der Zeit vergessen. Das ist echt schwer. Ja. So wieder die Kante. War nicht ansatzweise eben in der Nähe. Ja, nein. Nein. Ach, wieder nicht geschafft. Fick dich. Ja, Ziel. Das ist unmöglich. Das ist nicht unmöglich. Jawohl. Komm gleich wieder. Ja, ja. Oh, shit. Jawohl. Hallo, Katerl. Leck mich. Hahaha. Ach man, warum lande ich alles auf dem Kopf? Geil. Ich bin schon das zweite Mal durchs Ziel. Ey, Alter. Ich bin gerade in einer Minute durchs Ziel. Und das Schlimme ist, ich bin schon wieder auf dem Kopf. Ich habe wieder eine Sache nicht geschafft. Wenn ich die schaffe, dann habe ich einen richtig geilen Rekord. Kann man auch langsam über diesen Wuppel fahren, da? Ja, komm. Jawohl. Ja, ich habe es geschafft. Nein. Jawohl. Nein. Ah, fuck. Hab ich es geschafft? Du musst links springen, dann, ne? Nicht in das Ziel rein, ne? Nicht in das Ding, in den Start rein, meinst du? Genau, das Ziel ist links. Und was? Oh. Geschafft. Jawohl. So, jetzt kann ich auch Zeit fahren. Machen wir jetzt auch. Tuck. Tuck. Gade, das schafft man übrigens in einem, ne? Die beiden Stops. Ja, ja. Wenn das... Das habe ich eben gerade einmal geschafft. Und habe es danach leider verkackt. Also, den Rekord, den ich gerade aufgestellt habe, war nicht mit, war nicht mit, äh, mit durchspringen. Also, da habe ich auch das mit rechts rüberfahren und dem roten gemacht. Aber komischerweise sehe ich, dein Auto sehe ich leider in Grau. Das ist voll doof. Ja, das Problem ist, ähm... Du hast Nations. Näää. Doch, du hast Nations. Wir haben Nations, Nations Forever, ja. Genau, und alle, die Nations haben, da können die anderen das Auto nicht sehen. Genau, also, das nochmal zum Erklären, United Forever hat halt den Vorteil, dass ihr Skins machen könnt und ihr seht auch die Skins von anderen Leuten. Habt ihr aber Nations Forever, also die kostenlose Version, die jetzt zur Zeit auf Steam ist, ich weiß nicht, wie lange die auch kostenlos ist, ähm, dann habt ihr halt ein Problem. Ihr könnt die Skins von anderen Leuten nicht sehen. Ab und zu sind die Skins auch buggy und die sind nur grau. Drück mal die, äh, Punkte-Zeitangabe. Oh, ein 17, ey. Ja. Während du, als du gerade weggegangen bist, bin ich das zweite Mal durchs Ziel. Auch nicht schlecht. Ja. Ich hab's gerade in einem durchgeschafft mit dem, mit den beiden, äh, ähm, Stops nach dem, wo du mit dem Roten hast, wo du die Geschwindigkeit verlierst, hab ich in einem durchgeschafft. Ich, ich hab's immer noch nicht durchgeschafft. Janik. Ja, das ist, äh. Bei welchem bist du denn? Stopp 2. Hast du nochmal von vorne angefangen? Nein, er ist durchgekommen. Er hat aber, er hat aber, er hat aber zwei Minuten länger. Jetzt am Ende, Alter, am Ende, sowas von Glück gehabt, einfach nur. Er hat zwei Minuten länger gebraucht, als du. Ah, nein, älter. Mir geht's ja auch persönlich nicht um die Zeit. Mir geht's darum, dass ich das auch mal im, im Flow schaffe, weißt du? Ja, aber es klappt einfach nicht. Janik? Ja? Du hast die erste Zeit, du Sack. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber du hast die ersten, ersten Checkpoint hast du die Zeit. Ich hab in deinem zweiten Checkpoint die Zeit, und? Nein. Achso. Nee, hab ich. Nein, hab ich. Bei mir steht mein Name. Nö. Ja, tell us. Echt? Ja. Die hab ich eben gerade gemacht. Ja, du bist auch noch nicht durchs Ziel gefahren. Ach, deswegen speichert er das nicht, oder was? Ja. Abgeschlossene Strecken, dann, äh, speichert der die, die Zeiten. Meistens. Es gibt, Alter, warum komm ich da nicht drauf? Es gibt manche Bugs, da, ähm, wird komischerweise. Und das ist so eine Einstellungssache, ich weiß es nicht. Da wird bei, da wird auch deine Soho-Zwischenzeit gemessen. Mist. Ach, Mann, ey. Kacke. Sag mal, es kann sein, dass hier die einzigen 3 nur sind, die fahren. Nein. Ich sehe keinen anderen. Ich hab direkt zwei vor mir. Echt? Suchen der man auch wahrscheinlich den Weg. Bei mir waren eben gerade auch noch welche, aber die überholen mich alle. Suchen wahrscheinlich alle den Weg. Vielleicht wissen sie nicht, wie es geht. Och, nö, Alter, das gibt's doch nicht. Geht doch, endlich auf die Plattform geschafft. Also, Janik, durch den ersten Checkpoint bist du echt geil durchgekommen. Alter Schwede. Vollspeed. Ja. Okay, ist nirgendwo hängen geblieben und alles. Ja. Komm ich nicht dran an die Zeit. Ja. Oh, jetzt komm schon. Oh, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie hab ich das denn geschafft? Es ist einfach... Oh, Alter. Eben hab ich's so gut hingekriegt, ne? Diese Stelle dann, nachdem ich raus hatte, wie es funktioniert. Jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Ach, schaff ich nicht nochmal. Schade. Wieso reicht die Zeit nicht mehr? Nee. Natürlich reicht es halt noch. Na, das schaff ich aber nicht. Bin ich so ein Oberpro? Ich bin auch kein Oberpro. Oh, dann fall ich wieder runter. Nein! Jetzt mal drauf ankommen lassen sollen. Vielleicht wär ich noch richtig gelandet, ey. Schade. Okay, mach ich das halt so. Ja, und dann lande ich auf dem Kopf. Ist klar. Ja, jawoll. Das gibt's doch nicht. Shit. Nein. Oh, fuck. Geistig. Geschafft. War's die ganze Map, oder was? Ja. Ich bin auf dem dritten Platz. 6,38. Ja. Recht. Hab' ich zwischendurch nicht weg gewesen, wär' ich vielleicht auch nochmal hochgekommen. Aber das Problem ist, ich habe nach dem zweiten Checkpoint jedes Mal neu starten müssen. Oh. Wieder ein reizendes Spiel. Ich hab' den dritten Platz belegt. Also haben wir es diesmal geschafft, dass ich mal gewinne. Ähm, ansonsten... Nee, ich hab' gewonnen. Nein, ich habe mein Ziel gesetzt und ich habe gewonnen. So, mein Ziel hab' ich erreicht. Also hab' ich gewonnen. So. Bist du eigentlich mittlerweile auch ein Auto? Ähm, ich wünsch' euch noch viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Ciao.